Erst im vergangenen Juli stehen in Wien drei Frauen vor Gericht, die eine junge Serbin nach Österreich gelockt und dann zur Prostitution gezwungen haben. Einer von 150 Menschen auf der Welt ist Opfer moderner Sklaverei, so der jüngste Bericht der Internationalen Arbeitsagentur der UNO. Fast die Hälfte der Fälle betrifft Zwangsehen. Gerade Kinder und Frauen werden besonders oft ausgebeutet und die Zahlen sind seit dem letzten Bericht vor fünf Jahren dramatisch angestiegen. Es gibt 2,7 Millionen mehr Zwangsarbeiter und 6,6 Millionen mehr Menschen in Zwangsehen. Die schlechte Nachricht ist also, wir gehen in die falsche Richtung. In Summe im Jahr 2021 50 Millionen Menschen. Die Ursachen sind, neben einer Unzahl bewaffneter Konflikte auf der Welt und der durch den Klimawandel verursachten Armut vieler Menschen zuletzt auch die Corona-Pandemie. Zum Opfer werden meist Menschen in wirtschaftlicher oder sozialer Not. Auch hierzulande. Es wäre ein Fehler zu glauben, dass Zwangsarbeit nur das Problem ärmerer Länder ist. Für viele Menschen überraschend gibt es auch in Ländern mit höheren Einkommen Zwangsarbeit und sexuelle Ausbeutung ist ein großer Teil davon. Ein Viertel der Fälle moderner Sklaverei betrifft Zwangsprostitution, so der Bericht. Ein weiteres Viertel Zwangsarbeit anderer Art. Wanderarbeiter sind besonders oft betroffen. Auch in Österreich werden Erntehelfer und andere Hilfsarbeiter oft um ihren fairen Lohn betrogen. Besonders schlimm ist die Lage oft für Asylwerber oder illegal im Land befindliche Menschen. Die meisten von ihnen sind im Privatsektor tätig. Menschen, die von Privatpersonen ausgebeutet werden. Eine Minderheit, eine ziemlich kleine Minderheit ist Opfer dessen, was wir staatlich auferlegte Zwangsarbeit nennen, bei der die Regierung tatsächlich eine direkte Rolle spielt, Zwangsarbeit zu verhängen. Beispiele dafür sind Häftlinge, sogar in den USA, ausländische Bauarbeiter im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar diesen Spätherbst und vor allem China. Systematisch sollen Angehörige der uigurischen Minderheit in der Provinz Xinjiang von Umerziehungslagern bei guter Führung in Arbeitslager überstellt werden. Peking hat einen entsprechenden UN-Bericht vor zwei Wochen brüsk zurückgewiesen, Anfang des Jahres aber die Zwangsarbeitskonventionen ratifiziert. Das nährt Hoffnung. Sie werden also beginnen, über die Situation der Uiguren zu berichten und das wird uns neue Möglichkeiten geben, Zugang zu bekommen und in der Hinsicht genauer hinzuschauen. Wir hatten übrigens schon eine wichtige Diskussion zu diesem Thema Diskriminierung und Beschäftigung bezüglich der Situation in Xinjiang. Allgemein fordert der UN-Bericht das Ende jeder staatlichen Zwangsarbeit, besseren Rechtsschutz inklusive einem weltweit einheitlichen Mindestheiratsalters von 18 Jahren sowie Förderungen für Projekte wie Fairtrade. Die EU-Kommission will noch weitergehen und sämtliche Güter, bei denen in irgendeiner Phase der Erzeugung Zwangsarbeit nachgewiesen werden kann, verbieten. Davon wäre wohl Kakao aus Ghana ebenso betroffen wie Blumen aus Kenia, aber auch Kleidung und Elektronik aus China.